Hmm, aber ich muss es versuchen. So, wer steht da? Hallo? Was? What? Zwei Schläge willst du mir... ...wenn ich ihn mal hinterher gehen. Bullshit... Ich habe einen Singleplayer, die... ...geht ja die Anzeige nicht runter. Deshalb nehmen wir uns einfach mal das hier mal und wir müssen in die Richtung zu. Dann fahren wir mal wieder zu dem Schiff. Dann fahren wir uns zu Sachen zurück, wo ich natürlich hoffte, dass die da noch sind. Aber ich denke, ja okay. Ne, ein Singleplayer kriegen die nicht weg. Da habe ich zu viel rumgespielt, muss ich ehrlich sein. Ja gut, sie wird nur bestraft. Jetzt fahre ich hier durch. Meine Fräsen. So, müssen wir da noch nach unten, dass die Insel... Aber gar, wie soll ich denn da das Zeug wiederholen? Wie soll denn das gehen? Hm... Warte, wo bin ich denn gestorben? Ich bin da gestorben. Okay. Und nur der Pirat lebt noch. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wie ich das am besten mache. Okay. Also wir gehen hier auf jeden Fall nicht wieder, bevor wir unsere Sachen nicht wieder haben. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Kapitän ist. was? Was hast du dem Zombie? Ähm, komm. Koko, alter. Kokopedia hab ich eh. Will ich mit Kokopedia, alter? So Wo ist diese behinderte Kapitän Wenn der jetzt da steht Er geht weg, er geht weg, er geht weg Ja komm Nein Ich brauche hier erstmal Baumaterial, dass der da nicht rauskommt So Dann nehme ich von hier auch Weil ich glaube ich habe einen Plan So Das sieht wahrscheinlich ohne Rüstung Ein wenig kacke aus Aber ich muss es versuchen So Er steht da Hallo Was? What? Zwei Schläge will ich mir Krass Krass Das ist aber Das ist aber nicht cool Das ist überhaupt nicht cool Ganz und gar nicht Nee Nee Gott Gar nicht So Der Teleport Der Teleportiert sich gleich Oh Gott Ich brauche ein Boot Ich brauche ein Boot Ich habe gedacht das war so ein guter Plan Und dann nein Zwei Schläge Boom Tod Pssst Den Boom Fischer Booo Scheiß Homo Suh Ei Sah Ich bin Peter Ah genau Du Weg mit Psi Scheiß Mei Nein Das ist Wenn ich jetzt da einfach reingehe, so, und dann, mal gucken, wo der steht. Mann, der müsste jetzt eigentlich unten sein. Ja, der müsste jetzt eigentlich unten sein, deshalb nehme ich hier einfach mal ein bisschen Erde mit, weil der hat mich ja, der hat mich ja gerade nicht mehr da unten kaputt gemacht. Der muss unten sein. Das kann nur die logische Schlussfolgerung sein. Ja, und wenn es nicht so ist, dann, hm, wie viel brauchen wir denn da überhaupt? Ich nehme jetzt einfach mal hier 38 Liter mit, so. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Aber sowas von... Könnt ihr euch nicht vorstellen? Gott, was ist denn das? Ein Bär? Greift ihr mich an? Nö. So, hier waren wir ja überall. Aber eins ist ja klar, ich mich... Die ganzen Backpacks, Alter, was da alles drin ist. Puh. Hm. Wollen wir ein Stück auf, zu rennen. Auge juckt. Was ist denn das? Ach, ist das der Lorn? Nee, der Lorn-Tree. Ja. Da kann ich ja gar nicht kurz rüberschwimmen. Oder? Ja, komm.